Guten Morgen Sportsfreunde, herzlich willkommen zu meinem morgendlichen Kaffee, der Tetzel hier für die Halbgottschmiede. Ich freue mich natürlich, dass ihr eingeschaltet habt und als erstes gibt es ein Schlückchen. Wir haben ja jetzt den 1. Oktober, da wird es langsam Zeit für ein bisschen Zimt im Kaffee. Worum soll es heute gehen? Heute gibt es ein relativ kleines Video, ein Video, wo es weniger um Expertise, um Know-how gehen wird, sondern vielmehr darum, was eigentlich der Grund ist, warum viele Leute wenig bis keine Fortschritte machen. Und da spreche ich nicht über Wochen und Monate, sondern teilweise über Jahre. Ich komme euch mal wieder mit einem kleinen Beispiel als allererstes. Ich war jetzt vor wenigen Tagen im Fitness Future in Göttingen, großartiges Fitnessstudio, habe dort ein kleines Video aufgenommen, meine Bankdrück-Challenge von Furious Pete sozusagen und habe da ein paar Leute getroffen, die kenne ich ungefähr seit ich selber trainiere, also seit ca. 3 Jahren, also zumindest vom Sehen her. Und habe wieder mal festgestellt, okay, bei dem einen hatte ich so ein bisschen Déjà-vu, da hat sich irgendwie gar nichts getan. Ich weiß natürlich in der Zwischenzeit nicht, wie viel der auch gemacht hat. Bei einem anderen dachte ich so, okay, früher warst du immer so ein ultra-rippter Typ, jetzt hast du ein bisschen Bäuchlein gekriegt, sonst hat sich an der Form auch eigentlich nicht wirklich was verändert. Und ein anderer, der, ja, wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr regelmäßig trainiert, aber leider auch sehr belehrungsresistent ist gegenüber Hinweisen, was seine Ausführungen und so angeht, sah wie, ja, eigentlich immer aus, und zwar groß und schlank und ohne, dass sich irgendwas tut, obwohl er eben auch im Prinzip schwierige Übungen macht. Worauf will ich damit hinaus, Leute? Wenn ihr ins Fitnessstudio geht, wenn ihr euch anmeldet, wenn ihr trainiert, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass ihr sagt, es geht mir einfach nur darum, mich ein bisschen wohlzufühlen, ein bisschen Sport zu machen zum Ausgleich für meinen Alltag, zum Ausgleich für meinen Job. Klar, das sind natürlich völlig legitime Gründe. Oder es geht vielleicht um Rehabilitation, es geht vielleicht auch einfach darum, Beweglichkeit zu erhalten ab einem bestimmten Alter. Alles richtige Gründe. Jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass ihr jung seid und vielleicht ein bisschen was reißen wollt, vielleicht einen Körper erreichen wollt, der eben über dem Durchschnitt liegt. Dann setzt euch verdammt nochmal Ziele. Setzt euch regelmäßige Ziele. Und zwar nicht einfach nur mein Ziel ist, ich will ein Sixpack haben, sondern mein Ziel ist XY Kraftwert, mein Ziel ist die und die Muskulösität, vielleicht ein Verhältnis von Gewicht zu Körperfettanteilen. Setzt euch über Etappenziele, setzt euch mittelfristige und auch langzeitliche Ziele. Sonst kann es einfach nichts werden. Sonst verfallt ihr in das, was ich so ganz liebevoll die Rumpimelitis nenne. Das heißt, ihr hängt im Fitnessstudio rum. Ich habe manchmal Leute, die sagen mir, sie trainieren seit 6, 7 Jahren. Und dann gucke ich mir die an und denke so, du hättest jetzt aber auch gerade mit einem 8-Wochen-Programm anfangen können, den Unterschied hätte ich nicht gesehen. Und damit will ich nicht irgendwie despektierlich sein, sondern denke mir einfach, Leute, was habt ihr denn gemacht? Was für Zeit habt ihr denn verschwendet? Was für Energie habt ihr denn investiert? Wo ist denn euer Ehrgeiz? Und das ist dann auch wieder der Punkt, die Leute sehen an bestimmten Beispielen, da kann jeder sich mal fragen, da kennt bestimmt jeder Beispiele bei sich aus dem Fitnessstudio, die trainieren jahrelang, jahrelang, da tut sich nichts mehr, die müssen an ihrem Limit sein. Habt ihr vielleicht auch mal hinterfragt, was vielleicht überhaupt die Ziele sind, ob die Leute noch Ziele haben. Und dann kommen oft so Antworten wie, ja nö, ich mach das ja schon so lange, ist mir ja eigentlich egal. Und dann kann es eben auch nichts werden. Ich weiß, ich komme immer mit kleinen Anekdoten. Und bitte, Leute, ich sag's immer wieder, ich erwähne es auch an dieser Stelle, ich sehe mich selber nicht als irgendwie irgendeinen Maßstab oder so. Ich war trainiert vor kurzem und am Abend danach waren Freunde von mir im Kino und sind wohl Leuten begegnet, die mich trainieren gesehen haben und die sich dann darüber aufgeregt haben, dass ich ihnen ja schon, als ich nur ein Jahr trainiert habe, irgendwie ein paar Tipps gegeben hatte, obwohl sie ja schon viel länger trainiert haben als ich. Und dass ich ja definitiv auch auf Stoff sein müsste, sonst hätte ich ja nicht so viel Kraft aufbauen können in den zwei Jahren, die vielleicht dazwischen lagen, seit sie mich das letzte Mal gesehen haben, weil sie selber haben sich ja nicht so verändert. Ja, da hat dann mein Kumpel herzlich gelacht und dachte sich nur so, okay, das ist ja interessant. Nur weil ihr halt im Fitnessstudio rumpimmelt, heißt das also, andere müssen das auch machen. Also wie gesagt, verschwendet auch nicht einfach immer eure Zeit. Was viele für den Gipfel halten, das sind nur Stufen. Ihr müsst wirklich die Arschbacken zusammenkneifen und auch einfach mal sagen, das ist mein Ziel, daran überprüfe ich mich. Schreibt es auf, veröffentlicht es, erzählt es anderen Leuten und lasst es euch nachhalten. Hey, wie sieht es aus, du wolltest dieses Jahr drei, vier Kilo zunehmen, wie hat es geklappt? Hey, du wolltest 20 Kilo abnehmen, was passiert? Wo kannst du vielleicht Hilfe gebrauchen? Das sind natürlich Dinge, da muss man sich selber einfach gegenüber sehr ehrlich sein. Das tut manchmal auch weh, weil man vielleicht aus bestimmten Gründen seine Ziele nicht erreicht. Fakt ist aber, man kann sie erreichen, wenn sie realistisch sind. Wenn ich jetzt sage, ich will in zwei Jahren aussehen wie Jay Cutler, dann wird das nichts, dann müsste ich nämlich den Kopf kleiner werden. Also, können wir nicht machen. Ihr versteht, was ich meine. Also Leute, ganz, ganz wichtig. Und dazu auch mal die Erklärung, warum ich jetzt zum Beispiel angefangen habe, die Strongman-Wettbewerbe zu machen, jetzt mal ganz auf mich bezogen. Ich habe jetzt drei Jahre diesen Sport gemacht, habe viel Zeit, viel Energie, viel Leidenschaft investiert, viel Blut, viel Tränen und Schmerz. Ich habe Verletzungen gehabt, ich habe Ausfälle gehabt, ich bin immer wieder stärker zurückgekommen, sozusagen. Ich habe mir ganz am Anfang ja gleich mein Handgelenk verletzt. Ich weiß nicht, ob man die Narbe sieht. Ich habe hier eine kleine Narbe. Ja, und hatte Ende 2012 eine schwere Erkrankung, die nichts mit dem Sport eigentlich zu tun hat. Aber nichtsdestotrotz habe ich da halt viel verloren von dem, was ich mir aufgebaut hatte beim Sport. Und mir war es einfach nach dieser Zeit sehr, sehr wichtig, aus dieser ganzen Intensität, aus diesem ganzen Paket, was rauszuziehen, wo ich sage, okay, das ist jetzt mehr als einfach nur, ich habe im Fitnessstudio Gewicht XY geschleppt, habe vielleicht irgendwie einen bestimmten Kraftwert erreicht, sondern kann einfach für mich sagen, daraufhin habe ich mich hingearbeitet. Und darum die Strongman-Wettkämpfe. Zum Beispiel für mich, mir war ganz klar, von der Muskulosität reicht es für Bodybuilding nicht, auch nicht für Natural Bodybuilding, im Moment absolut noch gar nicht. Darum war erstmal das Ziel, die Kraft passt, das macht unglaublich viel Spaß, das hat mich schon immer fasziniert. Und anscheinend konnte ich da ein bisschen mithalten. Und dementsprechend habe ich wirklich gesagt, alles klar, ich setze mir jetzt als Ziel, ich mache einen Beginner-Cup und wollte dann noch zwei Wettkämpfe machen. Es sind drei geworden, total großartig, hat total viel Spaß gemacht und habe auch wirklich vor, in der nächsten Saison wieder richtig anzugreifen. Aber das ist ein klares Ziel. Ich will drei Kilo mehr Qualität haben, jetzt über den Winter, werde ein bisschen zunehmen. Warum überschlägt sich meine Stimme da so? Da fehlt der Kaffee. Ich hoffe, wie gesagt, drei Kilo Qualität draufpacken zu können, bis zum Jahresanfang und dann werde ich auch mal das Abenteuer Bodybuilding-Bühne in Angriff nehmen. Und dabei geht es mir nicht darum, dass ich da irgendwo alles zerreiße, der Allertollste bin oder der Allerbeste, aber ich will das beste Paket bringen, was ich persönlich bringen kann. Denn das ist genau der Punkt, Leute. Bei allen Wettbewerben, bei allem, was ihr tut, bei allem Training, bei jedem Maximalkraftversuch, geht es überhaupt nicht darum, was andere können. Es geht darum, dass ihr euch selber schlagt, dass ihr die beste Version von euch selbst werdet. Und da kommt noch ein Zitat von mir. Ein Trainingspartner, ein guter Trainingspartner ist nicht euer, in Anführungszeichen, Rivale, sondern der hilft euch, euch jeden Tag an euch selbst zu messen. Das solltet ihr euch ganz klar überlegen. Setzt euch verdammt nochmal Ziele. Außerdem, kauft meine Shirts und schaut weiter meine Videos, Leute. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der Tetzel mit einem kurzen Update und einem kurzen, hoffentlich zu euch durchgedrungenen, Motivationsvideo für heute. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns demnächst wieder. Danke fürs Zuschauen. Dragon Slayer Mode. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. bes大家f nä sẽ de Werner Karniö Ovale Untertitelung des ZDF, 2020